So Leute, wir fliegen zur Nerfstation, wenn wir zur Nerfstation angekommen sind, dann war es das für heute. Ja, das ist, ja. Ja, ja, ja. Was zur Hölle ist passiert? Nichts, alles gut. Eins, go. Grüß Gott, die Herrschaften, und willkommen zurück zu Lisa Dangers mit dem guten alten Sortie hier bei diesem Fail-Mission vom letzten Mal. Ich habe jetzt rausgefunden, wie das funktioniert, und ich denke mal, ich kriege das auch hin. Wenn nicht, dann, ja, habe ich auch keinen Plan. Okay, das ist die wunderschönste Anmoderation, die es jemals gab in ganz YouTube. So, ja, während er da wahrscheinlich seine Mission macht, werde ich vielleicht noch ein paar Piraten versuchen abzuknallen, die abgelenkt sind mit anderen Föderationsmitgliedern. Also, wenn er anfängt, das Ding hier zu scannen und irgendwelche, was musst du machen, die Türme scannen? Erstmal das Stiff-Scan. Okay. Das Schiff. Ja. Dann bekomme ich nämlich noch mehr Informationen. Mhm. Und dann muss ich diese Geschütze scannen und dann zerstören sie sich irgendwie an. Ich weiß aber nicht wie. So, genau. Jetzt habe ich hier überall... Genau, ich habe jetzt hier Außensverteilungsgeschütze in 0 bis 4. Okay. Und ich habe jetzt alle scannen. Die Frage ist... Ja, oben links sehe ich schon mal einen. Aber, ja, der kann nicht. Glaube ich jedenfalls, wenn es zu einer ist. Ne. Und ich habe jetzt auf der anderen Seite. Okay. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie, die Piraten. Ja. Wenn man es schnell genug macht, wahrscheinlich, ne. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, wow. Was? Eingriff? Schilde deaktiviert? Wow, wow, wow. Ich hau ab, Alter, ne? Ich habe mir da auch angegriffen schon wieder. Schilde deaktiviert. Alter. Ja, ja, bei mir auch. Ich habe jetzt alles aufs Systeme geknallt. Juhu. Ich habe meine Waffen gerade nicht aktiv. Geil. Wieso hast du die deaktiviert? Ich sag dir noch, wieso die existiert? Weil ich dachte, ich brauche die nicht. Dann lass sie doch aktiviert, aber eine Feuergruppe war noch wichtig. Oh, Mann. Okay. Ähm. Ja, aktiv war es gut. Meine Schilder laden sich auch wieder auf. Schilder aufgeladen. Schilder aufgeladen, genau. Oh, Mann. Das wollte ich verhindern, eigentlich. So, was ist denn das Schiff? Ich weiß nicht, ich muss das Schiff ausgenommen. Genau. Drei aufs System, traf Waffen, das passt. Wo sind denn jetzt die Schiffe hier? Wo ist das Schiff hier, Mann? Hä? Hier oben sind Geschütztürmer. Dennis. Hier oben? Ja. Hier oben feuern welche viele. Okay. Du weißt gerade nicht, wo das Schiff ist. Ich habe echt Angst, hier Anaconda anzugreifen, ne? Dann greifst du dich nicht an, am besten. Weil ich habe das Schiff gerade aus den Augen verloren. Das ist auch nicht so schlau. Warum wurde ich jetzt schon noch holen, weil ich schon entdeckt habe. Das finde ich nicht so cool. Was ist denn das Schiff denn mit der? Ist jetzt echt das Augen? Oh Mann, das ist mir jetzt peinlich. Ein Experte, ein Experten-Schiff gegen, ich glaube nicht. 100. Ich habe Angst, wenn ich ihn angreife. Ich habe Angst, wenn ich ihn angreife mit dem Saint-Bain-Forsake. Oder Saint-Bain. Glaube ich den, glaube ich den. Was, wenn ich ihn angreife jetzt? Ich meine, wie viele Schilder hat er denn generell noch? Ich sehe bei ihm volle Balken ringsherum. Ein Lassen geht noch. Angriff registriert. Okay, von dem Saint-Bain also. Okay. Let's go, Alter. Dann kriegst du volle Breitseite von mir auch. So, jetzt nochmal gucken. Zielschilder deaktiviert, Leute. Ich mache ihn damage. Ich mache ihn definitiv damage, ey. Der kriegt von mir jetzt volle Breitseite nur noch. Ja, er sagt da jetzt ne. Lass mal. Nee, nee, nee. Er hat noch 80% Leben. Nicht nur noch. Ich 96. Alles gut, ey. Das wissen deine Zuschauer mittlerweile. Ja. Ja. Bam, Alter. Wieder Schilde deaktiviert von mir. Das ist ja auf der ganz anderen Seite, oder? Ich ziehe es nicht weg. Ja, doch. Das ist auf der ganz anderen Seite. Ei, ei, ei. Ja, 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 ich, nicht auf den Schieß, bitte. Mach's doch nichts, ganz verhandelt, Bursche. Ich glaube, der, der hat so ne, so ne Schildbooster drinne, der Typ hier. Kann sein. Krass, Eingriff. Vergess es. Oh, da warst du. Er ist im Frameshift gesprungen. Die Sau. Ähm, er, ich hätte ihn beinahe erledigt. Okay. Cool. Ähm, warum kann ich dich jetzt nicht scannen? Mich? Wen? Nee, das ist gespitz. Falscher Modus. Ich bin im Analysenmodus, alles gut. Ah, jetzt der. Ah, Dennis, du bist ein Horst. Du bist dagegen geknallt. Ja. So, ich hab's gescannt, so, warte mal, wie geht das jetzt weiter? Äh, äh, genau, jetzt hier, Regenmoos draufdrücken, ne? Stalking Shadow. Er ist ein Meister, hat nochmal noch 19 HP. Ich will den gleich rausnehmen. Jetzt muss ich Regenmoos aktivieren, das weiß ich nicht. Das hat man nämlich nicht ges- das hat man nämlich. Ich bin ein Horst. Ich bin ein Horst. Nichts da mit Frameshift-Aufladung. Äh, wie krieg ich jetzt, wie, wie, wie gegenfällt's nochmal? Scheiße, wie krieg ich diese Energie verdienen. Auto-Flatte-Ziele. Ah, jetzt ist es halt geklappt, oder? Ja, doch. Ey, ey, wirklich. Den hier zu downen, ey. Das ist grad echt ein Kampf, ne? Glaub ich. Ich hab' mir da gesucht, das ist gut. Rakete im Anflug? Irgendwas, welche Rakete denn? Wo ist das Schiff wieder im Arm, Mann, ja. Wir fliegen auch grad 10.000 Rakete, in der ich siehs auch noch ein Wiki-Lap. 2%. Na, wo ist denn das Schiff? Geschütz-Allkrupp, 2.000 Sekunden. 1%, 1%. 100%, ich glaub' ich hab' ihn. Ich hab' 127.000 Credits kassiert. Ja, geil. Mein Gott, nee. Kopfgeldbescheinigung bekommen. Das war das dein Leben nicht grad, ne? Der, ja, der war aber auch krass, der Typ grade. So, hier muss jetzt irgendwo so ein Teil sein, ich sag' mal, ein bisschen Frachtdorf, mal ein bisschen was entspannendes. Mach das. Hauptsache, du kommst klar. Ne. Ich check das irgendwie trotzdem immer noch nicht. Wieso denn nicht? Was musst du denn noch machen? Also, ich muss eigentlich das Geschütze scannen, da muss ich die, und dann hab' ich die als Ziele ausgewählt. Ja. Dann kann ich die als Ziele auswählen. Und dann muss ich irgendwas drücken, aber, ja, geht's doch jetzt. Dann hast du mal A gedrückt und das Geschütze ausgewählt? Ja, das ist ja ausgewählt, das ist es ja. Und, äh, mal rechte Maustaste, äh, rechte Maustaste, also so, äh, den rechten Stick gedrückt, so für, 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 so als würdest du deine Waffe aktivieren? Das Problem ist, ich find' hier grad wieder richtig fett gebummst. Ich weiß nicht, wer mich angreift, ich zieh' diese Person nicht, die mich angreift. Ich find' hier grad wieder richtig hart bombardiert. Ich hab' nur noch 14%, das heißt... Das war's. Ich zieh' mich zurück, ja. Ich werd' auch gesucht, also ich hab' auch die ganze Zeit von Raketen beschossen, also eben, ich bin nicht zu dem Schiff zu nahe gekommen. Von daher... Was? Schiffsflugbahn ausrichten, ja, äh, willst du mich jetzt verarschen? Dennis P-Alarm, ah, okay, jetzt so. Oh, das war jetzt echt knapp. Mamma mia. Das heißt für mich... Ja, das heißt für dich? Ich muss nochmal genau... ... 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